Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Diese Menschen sind außer Rand und band, ich sag's euch doch immer wieder. Mama und Papa kamen auf die Idee, sich ein Dinosaurier-Kostüm zu kaufen. Weißt du, wie du bereit bist? Ja. Das sieht jetzt schon total lustig aus. Achso, das ist der Schwanz. Soll ich dir helfen? Ja, mach das. Was ist das? Weiß ich nicht. Ach, da musst du deinen Fuß durchmachen. Haben die Lack gesoffen oder was? Warte. Jetzt musst du das vorne zumachen. Ja, aber du musst mir auch... Ja, ja, warte mal. Ich geb dir das durch, da ist ein Loch. So, jetzt haben wir hier das Teil. Das musst du in deine Hosentasche stecken. Warte, hier ist ein Loch. Ich kacke ab. Soll ich dir zumachen? Was stimmt denn mit diesen Menschen nicht? Soweit ich mich daran erinnern kann, war Karneval schon im Februar. Ah ja, gut, was auch immer. Mama hat das Kostüm eigentlich ganz gut gestanden, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall angenehmer aus wie sonst. Morgens müsstet ihr sie mal sehen, ich sag's euch. Am besten lässt sie das Kostüm für immer an, dann müsste ich mich nicht vorher erschrecken. So, mach mal an. Schatz, hör auf. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das... Warte mal. Du hast auch einen riesengroßen Schwanz, Schatzi. Der ist ja voll lang. Kriegst du Luft? Ja, ja. Was meinst du? Ui, ui, ui. Ganz schön groß auch. Scheiße. Gestern, als ich den Scheiß zum ersten Mal gesehen hab, hab ich mich aber echt erschreckt. Ich sag's euch. Okay, wieso, wieso... Okay, wieso, wieso? Ist der aufgeblasen? Ja, der ist schon aufgeblasen. ich krieg mich nicht mehr ein also sie ist wunderschön aus wunderschön willst du jetzt der ist genau vor der tür warte mal ich gehe mal mit ihm da links der unter richtig angst bleib mal ganz still vielleicht traut er sich dann der ist unter dem wäschelständer so geil das ding das ist ein riesen schwanz schatzelein heute ist ja papas kumpel zu besuch und sie wollen ihn mit dem dino kostüm pränken das gibt bestimmt ein riesen spaß wollt ihr sehen wie er reagiert dann lasst auf jeden fall einen daumen nach oben da und nicht vergessen meinen kanal zu abonnieren um nichts mehr zu verpassen und keine sorge mir geht's gut und ich lebe noch zum glück war kuschi nicht da die hätte sich eingenäßt ich sag's euch hab euch lieb kuss auf die nuss wo mir out schatzelein schatzelein schatzelein